Was ist das? Oh nein! Warum? Warum? Guten Morgen YouTube-Internet-Leute! Also es ist jetzt fünf Minuten vor eins, also nur 15. Montag, der 28. September. Und heute Nacht ist Mondfinsternis und überall wird das Hashtag Blutmond verwendet, weil er dann wohl ganz rot sein soll. Und von 4.11 Uhr bis 5.20 Uhr ist es wohl komplette Mondfinsternis und dann soll der Mond wohl so rot schimmern oder so. Da das nächste Mal, wo es diesen Blutmond geben soll, erst und wie 2018 sein soll, werde ich echt dann überlegen, ob ich mir einen Wecker stelle und dann mal ausgucke. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Ich kann mich ja notfalls danach nochmal hinlegen. Das ist mein Rechner hier ausschalten. So, warum es gestern, übrigens genau, warum es gestern kein, kein Video von der Arbeit gehabt, kein Timelapse-Video. Ich packe die GoPro auf Arbeit aus mit den ganzen Ersatzakkus und so. Hab meine SD-Karte dabei gehabt. Aber als ich die GoPro eingeschaltet habe, zeigte ich mir die GoPro voll. Also die SD-Karte war voll. Das ist mir vorher irgendwie nicht so aufgefallen. Gut, ist dann halt so gewesen. Deswegen kein, kein Video von der Arbeit gestern. Ich gehe jetzt ins Bett, werde mir sicherlich noch ein paar Snapshats angucken und dann versuchen zu schlafen und stelle mir mal den Wecker zu 4 Uhr und ich stelle ihn mal zu 4.15 Uhr. Dann kann ich rausgehen und wenn nicht, kann ich noch eine Stunde schlafen und dann würde ich irgendwie jobben gehen, aber dazu morgen mehr. Gut. Schlaf gut. So, es ist 4.23 Uhr. Jetzt gehen wir mal gucken, was zu sehen ist. Es sieht schon, ja, ganz cool aus, weil es ein ungewohnter Anblick ist. Ich lege mich wieder hin. Bis nachher. Hier macht wirklich jeder mit seinem Auto, was er will. Fahren wir einfach mal für den Park, parken da. Und, ja, keine Ahnung. Wir freuen uns, was er sehen muss oder so. Gerade mit dem VB jetzt, wir sind Park zu fahren, wo wir doch alle wissen, was die alle in die Umwelt blasen. Ich bin um 4.15 Uhr, habe ich mir den Wecker gestellt, bin aufgestanden, bin raus und war um 4.35 Uhr, 40 Uhr irgendwie so wieder im Bett. Also bin ich mit dem Mond da und so, ne? Und konnte da nicht einschlafen, habe dann irgendwie noch im Bett gelegen bis 5.22 Uhr. Ich habe sogar noch geblockt und, naja. So, um 5.22 Uhr habe ich das letzte Mal aufs Übruch und dann muss ich aber eingeschlafen sein. Dann bin ich um 4.75 Uhr, 6.15 Uhr oder so noch mal wach geworden und habe so ein bisschen gedöst und habe gedacht, ja, jetzt stehst du dann gleich auf, gehst du mir um den Mund und gehst laufen. Ich muss dann aber noch mal eingeschlafen sein, denn um 7.30 Uhr oder so weckt mich dann Cookie, weil sie langsam Hunger hatte und raus wollte. Also raus wollte noch nicht, aber er Hunger hatte. Ich sagte, oh, jetzt habe ich einen. Ja, und jetzt ist es kurz nach 8.00 Uhr und eigentlich wollte ich laufen gehen. Und eigentlich würde ich jetzt schon wieder sagen, oh, es ist kurz nach 8.00 Uhr, ne, jetzt gehst du nicht mehr laufen. Es ist spät, es ist so viele Leute, natürlich ist keine Ahnung. Irgendwas würde ich mir ausreden, äh, einfallen lassen, um mir das wieder auszuregen. Aber von diesen Eigentlichs habe ich die Schnurze voll, deswegen gehe ich jetzt laufen. Eigentlich ist auch eigentlich kein Wort, oder wie war das? Naja, auf jeden Fall zeige ich die Schnurze voll, ich gehe jetzt laufen. Es dürfte windig sein, dass er mich überhaupt versteht. Ich weiß jetzt ohnehin genau, in welche Richtung drehe ich mich drehe. Das sieht aber so. Dann dürfte es wahrscheinlich nicht alles hinterher. Ah, naja, so dürfte es sein. Ähm, ja, Hälfte der Strecke geschafft. Ich mache jetzt hier keine Pause, ich wollte euch nur einen kurzen Ableck geben und zeigen, die Ostsee ist auch noch da. Alles in Ordnung. Aber gut, 3,3, 3,4 Kilometer in dem Dreh müsste es sein. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Ich weiß nicht, warum Rantastic meine Live-Aktivität hier nicht beendet hat, obwohl ich ja wie ein Netz hatte, als wenn ich hier war. Naja, aber 6,7 Kilometer, 42 Minuten, 6,13, Durchschnittsgeschwindigkeit, 5 Kilometer und 162 war meine Herzfrequenz. Ja, lasst uns mal über meinen Sport reden. Ich hatte schon länger vor zu laufen, also ich habe mir überlegt, ich musste Sport machen. In Wiesbaden bin ich zu McFit gegangen. Das war eine Nähe, da konnte ich hin, wann ich wollte. Das war mit meinen Schichten gut. Und für 16 Euro im Monat kannst du auch nichts sagen. Hier ist es schwer mit dem Fitnessstudio und ich habe keinen Bock dafür Geld zu bezahlen, wenn ich dann am Ende nur zweimal im Monat da hinkomme oder so. Naja, also habe ich mir überlegt, was kannst du sonst machen? Laufen. Und das wollte ich schon länger anfangen. Ich bin ja schon eine Weile hier, 2009 auf der Insel. Habe mich aber nie irgendwie so richtig aufraffen können. Eine Frau hat schließlich den entscheidenden Arsch tritt, wie praktisch. Also ich habe eine Frau kennengelernt und habe dann wegen der angefangen zu laufen. Aber ab und zu habe ich halt so meine, das ist mein Schweinehund stärker. Und ich bin letzte Woche Donnerstag gelaufen, das letzte Mal gelaufen. Und ja, danach kam nur Ausregen. Also musste ich wieder anfangen. Als ich im Februar 2014 angefangen habe mit dem Laufen, habe ich 107 Kilo gewogen. 107. Das fällt mir echt nicht so leicht, das jetzt alles zu erzählen. Wir gehen gleich noch zusammen auf die Waage. Also ich gehe auf die Waage und ihr guckt zu. Ja, 107. Wenn ich mich gebückt habe, um mir die Schuhe zuzubinden, habe ich Probleme mit dem Atmen bekommen. Weil der dicke Bauch die Lunge zusammengedrückt hat oder so. Keine Ahnung. Denke ich mir mal. Habe ich mir so erklärt. Ja, das und die Frau, wie gesagt, war der Ausschlag gegen den Punkt, dass sie sagte, nein, so kann es nicht weitergehen. Das willst du nicht. Und ich habe mich echt auch nicht wohl gefühlt so. Ich bin dann mein Laufprogramm durchgelaufen und dann sogar einen Staffellauf vom Usosom-Marathon mitgemacht. Das machen hier so die Firmen. Die machen da so einen Staffellauf. Eigentlich für Azubis. Aber da zu wenig Teilnehmer waren, hat dann jede Firma auch schon Facharbeiter dazu gegeben, die Lust hatten. Ich habe mich überreden lassen, habe mitgemacht. Habe ich auch geschafft. Nicht überragend, nicht berauschend, aber ich habe es geschafft. Das war mir wichtig. So und war dann vom Gewicht auf 92 Kilo schon runter. Und da war ich auch echt stolz drauf und ich wollte gerne auf 85, 80 Kilo runter. So, aber irgendwie kam dann wieder so eine Phase, wo ich ja nicht so Bock hatte, Ausreden gesucht habe und nicht so fleißig am Laufen war. Nicht ganz auf meine Ernährung wieder geachtet habe und so. Und ja, bin dann wieder höher, habe ich letztens gesehen. Also, hatte ich schon vorher gesehen. Aber letztens bin ich auf die Waage gestiegen und hatte 97 Kilo. Und das Fahrer. Das hat sich nicht gut angefühlt. So, ich bin jetzt im Donnerstag gelaufen. Ich muss jetzt mal die Kamera auf die Erde stellen, sonst wiege ich mich ja mit Kamera und dann habe ich zu viel. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt gleich sehen. Oh, 96,1 ist doch weniger als ich gedacht habe. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet schon. Nachdem ich letztens wirklich schon 97 Kilo. Allerdings weiß ich nicht ob ich mir abends oder morgens gebogen hatte. Ja, 96,1 ist wie gesagt weniger als ich gedacht habe, aber immer noch zu viel. Zehn Kilogramm möchten schon noch runter. Gerne auf 15. Ich muss wieder mehr Sport treiben. Noch mehr auf meine Ernährung achten. Ich stopfe auf Arbeit zu viel Milch rein, ich weiß das. Und dann schauen wir mal. Also jetzt gehe ich erstmal duschen. So, keine Ahnung wie spät es ist, aber ich gehe jetzt mit Cookie starten in den Wald an den Strand. Da freut sich viel mehr drüber. Ja, an den Strand. Ja, die guckt schon. Ja, die guckt schon. Ja, los nimm ich. Komm mit. Ja. Mit mir. Komm nimm. Schnell, 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 hol den Ball. Schnell, hol den Ball. Schnell, hol den Ball. Schnell. Gut, feine Maus. Feine Maus. Da musst du aufpassen. Da haben wir schmalen Ball verloren. Oder hoffen! Dun ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020